In Österreich hat sich innenpolitisch in letzter Zeit einiges getan. Der Bundeskanzler wurde Außenminister, der Innenminister wurde Bundeskanzler und Innenminister wurde der Niederösterreicher Gerhard Kahner. Und das sorgte schon vor seiner Angelobung für Aufregung. Kahner war bisher Bürgermeister von Texingtal in Niederösterreich. Dort steht seit 1998 ein Engelbert-Dollfuß-Museum. Ja, der Engelbert-Dollfuß, der Ende 1930ern Kanzler im austrofaschistischen Regime war. In seiner Rolle als Bürgermeister betrieb Kahner dieses Museum. Dass so ein Museum im Geburtsort des ehemaligen Diktators existiert, wäre an sich noch nicht problematisch. Dollfuß wurde in Texingtal geboren und das Museum ist sein Geburtshaus. Es ist also naheliegend, dass man daraus ein Museum macht, zur Geschichtsaufarbeitung zum Beispiel. Das Museum steht seit langem in der Kritik. Laut Historikerinnen und Historikern sei es eher eine Gedenkstätte und befasse sich nicht kritisch genug mit dem christlich-sozialen Austrofaschisten. 2022 soll die Ausstellung überarbeitet werden. Wir wollten uns ein Bild von der aktuellen Ausstellung machen und haben mehrmals angefragt. Einen Termin haben wir allerdings nicht bekommen. Generell wird der ÖVP immer wieder der mangelnde kritische Umgang mit Dollfuß vorgeworfen. Da gibt es zum Beispiel die Diskussion rund um ein Dollfuß-Porträt. Lange gab es so eines in den ÖVP-Klubräumen im Parlament. Erst 2017 kam es weg und wanderte als Leihgabe ins Niederösterreich-Museum. Aber nicht etwa wegen der Kritik daran, sondern weil es nach dem Umbau im Parlament zu wenig Platz dafür gab. So hieß es zumindest damals von der ÖVP selbst. Aber was genau ist jetzt an Engelbert Dollfuß so problematisch? Wer war Dollfuß und warum ist er für die ÖVP immer noch wichtig? Schauen wir uns das mal an. Engelbert Dollfuß war nur zwei Jahre lang Kanzler in Österreich, von 1932 bis 1934. Aber in diesen zwei Jahren hat er es geschafft, eine Diktatur aufzubauen, die heute als Austrofaschismus bekannt ist. 1932 kam Dollfuß auf demokratische Weise zum Amt des Bundeskanzlers. Einen demokratischen Rechtsstaat und die Sozialdemokratie lehnte er allerdings ab. Nur als Beispiel, er ließ Oppositionsparteien verbieten und politische Gegner hinrichten. Im März 1933 nutzte er einen Streit während einer Nationalratssitzung für einen Putsch. Das ist damals genau passiert. Wir haben Standard-Kolumnist Hans Rauscher gefragt. Um eine Abstimmung über einen Eisenbahnerstreik zu gewinnen, ist der damalige Vizepräsident des Parlaments, der Sozialdemokrat Karl Renner zurückgetreten. Das hat ausgelöst eine Lawine von anderen Rücktritten. Und plötzlich war das Parlament zwar nicht aufgelöst, stand aber sozusagen beschlussunfähig da. Das hat Dollfuß ausgenutzt. Mit diesem Staatsstreich hat Dollfuß mit der Verfassung von 1920 gebrochen und konnte von nun an mit dem Kriegswirtschaftlichen Ermächtigungsgesetz von 1917 regieren. Die Opposition wurde von der Polizei mit Waffengewalt bedroht. Und die autoritäre, christlich-soziale Regierung verbot andere Parteien. Die Pressefreiheit wurde aufgehoben und freie Gewerkschaften aufgelöst. Dollfuß orientierte sich am italienischen Faschismus und lehnte sich an die katholische Kirche an. Im Folge seiner Machtergreifung wurden Widerstandskämpferinnen und Widerstandskämpfer ermordet. Bei den Februarkämpfen 1934 kamen Hunderte Menschen ums Leben. Neun Sozialdemokraten wurden vom austrofaschistischen Regime hingerichtet. Ab Mai 1933 wurde die christlich-soziale Regierung von der Väterländischen Front getragen. Der Verband wurde von Dollfuß gegründet und diente dazu, Zitat, Träger des österreichischen Staatsguts zu sein. Jede und jeder konnte als Mitglied der Vaterländischen Front seiner Treue zum Vaterland Ausdruck verleihen, nachdem ja andere Parteien verboten worden waren. Ziel war es, andere Parteien im Keim zu ersticken. Besonders konzentrierte man sich auf den sogenannten Austro-Bolschewismus und ging besonders hart gegen Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten vor. Aber auch der Nationalsozialismus war ein Feind des Austrofaschismus. Seit Adolf Hitler 1933 in Deutschland die Macht ergriffen hatte, gab es auch in Österreich vermehrt eine nationalsozialistische Bewegung. Schlussendlich starb Dollfuß am 25. Juli 1934 bei einem Putschversuch der österreichischen Nationalsozialisten. Nach seinem Tod wurde Dollfuß zu einer Art mythischen Heldenfigur. Von vielen wurde er als Märtyrer gefeiert. Aber woher kommt diese Dollfuß-Verehrung? Hat man den Faschismus und die Diktatur vergessen? Wir haben mit der Zeithistorikerin Lucille Dreidemy gesprochen. Die Frage für die ÖVP war nach 1945, welche Tradition könnte sie wieder aufgreifen, weil die christlich-sozialen waren im Kern antidemokratisch eingestellt. Und so war es wichtig für die ÖVP, sich eine Anti-Nazi-Tradition zu geben und den Austrofaschismus in ein Abwehrprojekt umzudeuten. In einigen ÖVP-geführten Gemeinden gibt es noch immer Statuen oder Gedenktafeln, die Dollfuß verehren. Dass er ein Faschist war, wird ignoriert. Generell wird oft ignoriert, dass es in der Zeit zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg in Österreich einen Faschismus gab. Oft ist von Kanzlerdiktatur oder Ständestaat die Rede. Das Argument dahinter, im Gegensatz zu anderen faschistischen Diktaturen, wie zum Beispiel in Italien, gab es in Österreich keine Massenbewegung. Das relativiere allerdings die damalige Politik. Vom Ausmaß der Bewegung her kann man die Vaterlandische Front durchaus als eine Massenorganisation bezeichnen, weil sie am Höhepunkt des Regimes fast die Hälfte der Bevölkerung oder mehr umfassen. Denn Faschismus zeichnet sich auch dadurch aus, einen Anspruch auf ein Monopol zu stellen und die Gesellschaft umzugestalten. Trotzdem sieht es die ÖVP mit Stollfuß nicht so genau. Aber wie geht sich das für eine demokratische Partei aus, wenn eines ihrer Vorbilder die Demokratie aushebelte? Wozu braucht die ÖVP 2021 einen Dollfuß? Es steht wirklich fest und es muss in aller Deutlichkeit gesagt werden, dass es sich nicht ausgeht für eine demokratische Partei, einen Antidemokraten und faschistischen Diktator als Vorbild zu haben. Aber es gibt in der ÖVP ein harter Kern, einflussreiche Kerngruppen, für die Dollfuß sehr wohl noch eine Rolle spielt. Zum Beispiel der Niederösterreichische Bauernbund oder der Kartellverband. Und die Partei steht somit in gewisser Hinsicht in geiselhaft dieser harten Lobbygruppen, während tagespolitisch Dollfuß sozusagen ein Relikt und eher ein Klotz am Bein der Partei ist. Es ist wieder dieselbe Debatte rund um Denkmäler von Personen, die autoritär agiert haben und für den Tod vieler Menschen verantwortlich sind. Aber wo liegt die Grenze? Wie sollte so ein Dollfuß-Museum aussehen? Und wie soll man mit Gedenktafeln umgehen? Das Museum sollte sich nicht mehr nur um Dollfuß drehen, um die Biografie von Dollfuß. Wenn, dann sollte Dollfuß als Anlass genommen werden, um eine breitere Reflexion zu ermöglichen darüber, wie wird jemand Diktator zum Beispiel? Oder wie, was sagt uns Dollfuß über die antidemokratische Geschichte der christlich-sozialen, über die austrofaschistische Vergangenheit? Eine professionelle wissenschaftliche Begleitung sei hier wichtig, sagt 3DMI, fernab von ÖVP-nahen Historikerinnen und Historikern. Abgesehen vom Museum und der Frage, wie man mit der Geschichte eines Landes umgeht, haben wir jetzt aber einen Innenminister, der sich nicht explizit von Dollfuß und seiner Politik distanziert. Was bedeutet das für Österreich? Und welche Folgen könnte das für die internationalen Beziehungen haben? Ich glaube, dass unser schlechter Ruf dadurch noch ein bisschen schlechter wird. Ich glaube, dass der Bundeskanzler und der Innenminister da sehr viel klarere Worte noch finden werden müssen. Ich glaube, das sollte auch nicht so schwer fallen. Aber wie seht ihr das? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Teilt dieses Video mit euren Faktenfreundinnen und Faktenfreunden und passt auf euch auf.